Yo, guten Morgen, Knaas, RDLP hier und heute spielen wir zum ersten Mal dieses Apex Legends, von dem Naritos immer so schwärmt und wo er meint, dass er der übelste Profi wäre, aber RDLP wird ihm heute zeigen, wie man wirklich ein Profi in diesem Spiel ist und ich muss glaube ich den Sound noch ein bisschen runterstellen. Ja, sehr schön. So, ja, ich hab's noch nie gespielt, anscheinend kann man sogar mit Controller spielen, ich hab gerade noch einen angeschlossen, kein Plan, ob das jetzt geht, ansonsten knall ich die Gegner halt mit Tastatur weg. Ja, ne Maus hab ich nicht, die brauch ich nicht und ja, keine Ahnung, wie man hier ins Spiel startet. Hä, ich hab schon Freunde hier. Achso, das sind meine Steam-Freunde. Ah, okay, die sind online. Ja, ihr seht, ich bin eine absolute Profi, was Gaming angeht. Äh, Training brauch ich nicht, würde ich mal sagen. Muss ich Training machen? Brauch ich nicht, oder? Nö. Wer braucht ein Training? Club? Ich bin noch in keinem Club. Was? Die Verbindung zum Server ist abgelaufen. Ich werd doch wohl noch Internet haben hier. Ja, hab ich doch. Ey, mein Internet heute ist aber richtig schön, das muss ich mal sagen. Ja, was ist denn das jetzt? Brauch ich nicht, danke. Ja, wie spiel ich denn? Muss ich auf Legenden gehen? Ja, den Hans will ich nicht spielen. Ja, wir suchen uns, ja, die Schachtel auch nicht. Die sieht cool aus. Haben die unterschiedliche Fähigkeiten? Keine Ahnung, ich such das jetzt nach Aussehen aus. Und die sieht aus wie ein Emo-Girl, also nehm ich die. So, Abzeichen, Skins. Der Befreier, der kann, ich kann hier gar nichts einstellen. Ja, das hätte ich natürlich gerne, aber das hab ich natürlich nicht. Was ist denn los? Was heißt die Verbindung zum Server verloren? What the fuck? Wartet Leute, ich muss meinen Stick doch wieder anmachen. Geht ja anscheinend nicht anders. Ich check gar nichts hier. So, äh, muss ich jetzt aufbereit? Ich will aber gar nicht Training machen. Ich will wirklich gar kein Training machen. Ich hab kein Training nötig, ich bin direkt der absolute Profi. So, anscheinend klappt es jetzt. Ich weiß es aber nicht. So, mal gucken, ob ich mit Controller spielen kann. Eddie 4 hat das Spiel betreten. Ja, ich bin da. Ah, ich kann sogar wirklich mit Controller spielen. Ja, Premium. Sprinten kann ich. Ah, kann ich auch. Ducken. Ducken. Hä? Wo ist denn die B-Taste? Äh, das ist ja voll bescheuert. Da kann doch nicht ducken sein. Na, egal. Rutschen während des Sprintens. Okay. Okay, ich kann alles. Ja, ey, ich brauch gar kein Training. Ich weiß, wie es geht. Oh, kann der... Wieso vibriert der Controller so? Ah, das ist aber gar nicht schön. Ja, aufstehen, du Hans. Boah, ich bin ja echt ein voller Profi. Wo findest du Versorgungsbehälter mit Waffen und Ressourcen, die du zum Überleben brauchen willst? Ja, wie öffne ich die? Ja, du bist witzig. Wie öffne ich die denn? Hallo, öffne die. Ich hab keinen Dosenöffner. Was soll ich denn jetzt machen hier? Alter, was ist denn... Hab ich jetzt Internet? Ich muss doch mal nachgucken. Alter, was ein Scheiß. Ich weiß gar nicht, was abgeht gerade. So, egal. Ich mach jetzt aufheben. Aufheben? Ich hab doch X gedrückt. Ah, geil. Okay, Thermgranate. Alter, kann man die Controller-Vibrationen ausstellen. Das ist super nervig. Was? Was soll ich? Ah, ja, okay. RT ist das hier. Äh, die hab ich ihm jetzt voll ins Gesicht geworfen. Egal. Halt. Was? Ich will ja... Okay. Okay, das ist anscheinend die Waschpulverspritze. Okay. Achso, ich muss das halten. Äh. Was soll ich machen? Und wie werfe ich die jetzt weg? Okay. Ah, ist das kompliziert, das Spiel. Das schmeckt mir aber gar nicht. So, hier. Ich will ne Pumpgun. Was soll ich denn mit dieser Grütze hier? Egal, wir nehmen erstmal alles am Muni mit. Wie ziele ich denn? Okay. Ist der Hans... ...unsterblich? So nachladen ist auch auf einer sehr blöden Taste. Halt die Schnauze, du nervst mich. Ja, wo denn? Was für ein Feld? Von was faselt der Typ? Das hier oder was? Jetzt hab ich schwere Munition. Ist ja Wahnsinn. So geht das gar nicht. Äh. So krieg ich richtig auf die Klöten. Äh, ja. Ähm. Was für ein Feld? Von was hat der Gefahrsölz, der Typ? Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Feld der gemeint hat. Eine zweite Waffe aufheben. Ja, hier liegt ja nix. Hast du ne zweite Waffe, du Keks, oder was? Ah, hier ist ne Waffe, oder was? Ne, das ist ja Scharfschützenmunition. Ach, hier! Okay, was nehmen wir denn schönes, Leute? Triple Take. Sentinel. Scharfschützengewehr. Das brauch ich alles nicht. Den Käse. Guck mal hier. Wingman. Ich brauch kein Wingman. Auch im Club nicht. Haha, wir nehmen Splitfire. Ja, die gefällt mir. Die ist cool. Waffe wechseln, Y. Waffe halten. Ich drück das doch. Ähm. Du Hans, es geht nicht. Ich hab jetzt irgendwas kaputt gemacht. Ja, toll, jetzt hab ich meine Waffe weggesteckt. Ähm. Okay, so wechselt man die Waffen. Okay, das ist die. Das geht nicht. Ich drücke X. Das geht nicht. Hallo. Äh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da steht doch X halten. Ja? Waffe austauschen. Hä? Ach so, ich glaub ich muss das hier austauschen. Aber ich will die Waffe ja. Egal. What the fuck? Ich hab da jetzt die Waffe ausgetauscht. Was willst du denn noch? Um zur Apex-Legende zu werden. Ich bin schon eine Legende. Ich bin RDLP. Du kannst verschiedene Arte, Objekte und Gegner pingen, je nachdem wohin du blickst. Der nervt mich. Folge der Checkliste, um deine Pings durchzuschalten. Oh, ich hab jetzt keinen Bock auf ein Training. Das kannst du mir aber glauben. Oh. Position Ping. Ach, das war die falsche Taste oder was? Ich check gar nichts. RB, wo ist denn RB? Das hier oder was? Ich gehe dort entlang. Ja gut, dann gehe ich mal dort entlang. Wenn du mich schon so freundlich darum bittest, gehe ich halt dort entlang. Ich wollte jetzt im Online-Game direkt losstarten. Wozu brauche ich denn dieses bescheuerte Training? Ich brauche kein Training. Ich bin direkt ein Profi. Was soll das? Hä? Ich bin doch jetzt da. Ja, ist mir doch egal. Wie schlachte ich alle ab? Waffe ping. RB. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Hä? Plündere, Gegner, Beobachter, Verteidigung. Okay. Kontakt. Aha. Okay. Munition anping. Vielleicht gibt's da lang was Gutes. Ich weiß überhaupt nicht, was die Schachtel von mir will. Vielleicht plündern? Mir könnte es weitergeben. Ich gebe Bescheid. Beobachten. Verteidige. Gegner. Kein Kontakt. Ich check's nicht. Ich soll irgendwas pingen. Ich weiß aber gar nicht, was ich pingen soll. Vielleicht muss ich auf die Waffen drücken und die anpingen. Ja, okay. So geht's. Oh, ist das Tutorial schwierig. Boah, ist das schwierig, das Spiel. Ich brauch dich nicht. Ich bin Einzelkämpfer. RDLP kriegt das alleine hin. Mit Paraf... Jetzt muss ich mit so einem Pfadfinder reden. Ich will keine Keks kaufen. Äh, Y halten, Waffe wegstecken. Okay, wo ist die Y-Taste? Hier. Okay, sehr gut. Oh, ey, ich will nicht noch mehr Tutorial-Grütze hier machen. Ich vergeigte euch schon mein Tutorial. Achso, die heißt Pathfinder. Oh, was ist denn das für ein Larry, ey? Wie kann ich nochmal boxen? Das ist sehr wichtig und macht außerdem Spaß. Hier ist dein Squad-Kamerad. Ich brauch keinen Kameraden. Ah, so kann man boxen. Sehr schön. Bam, ich kann ja voll geil boxen, Alter. Ich kann ja komplett Stein kaputt. Ich will niemanden wiederbeleben. Das werde ich nicht einmal machen im Gameplay. Wer verreckt hat selber Schuld. So, wo ist denn der Dummy? Ach, hier. Wow, so sehe ich aus. Wieso habe ich rote Haare? Das stand nicht in der Job-Beschreibung. Und zack ist er wieder ausgenorgt. Über eine einzigartige Taktikfähigkeit. Du bist Lifeline und hast eine Heil-Drohne, die alle in ihrer unmittelbaren Nähe mit Gesundheit versorgt. Versuchs mal und heile deinen Freund. Du bist so enthusiastisch unterwegs. Wir sind hier mitten in einer Schlacht. Du Arsch. So, was soll ich jetzt machen? Deine Taktikfähigkeit einsetzen. LB. Oh, flick mich doch zusammen. Ja, du aller Teppich. Was? Ich habe doch alles richtig gemacht. Was willst du jetzt? Das ist nicht mein Freund, by the way. Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Oh, meine Güte. Ja, Bruder. Was soll ich machen? Du erzählst ja nichts. Ich schicke gar nichts. Deine Taktikfähigkeit einsetzen. Habe ich doch gemacht damit, oder nicht? Flick mich zusammen, DDM. Hä? Ich habe es irgendwie hinbekommen. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ja, nun? Ich will meinem Team nicht helfen. Die sollen mir helfen. Was soll ich jetzt machen? Wow. Was, eine blöde Schachtel. Wird erst mal von einem Kühlschrank erschlagen. Okay, jetzt habe ich ein krasses Abzeichen. Toll, toll. Ja, klasse. Ich freue mich auch wie ein Marmeladenglas. Ah, ist das schwer, das Spiel. Ja, ich sehe, dass das dauert. Ich bin nicht blind, du fisch. Ah, der Typ regt mich richtig auf. Ich hasse Tutorials. Ich will direkt loslegen. Ich bin doch Profi-Gamer, ja? Ich habe schon 10 Spielstunden insgesamt bei allen Spielen zusammengerechnet. Ja, ich habe es geschafft. Den muss man echt mal wach prügeln. Wow, jetzt macht er hier so komische Emojis. Wird ja immer schöner. Willkommen zurück, Dummy. Ach, und noch was. Ähnlich wie die Taktikfähigkeit hat jeder von uns auch eine ultimative Fähigkeit, die du einsetzen kannst, wenn sie bereit ist. Als Lifeline fordert deine ultimative Fähigkeit ein Lifeline-Paket an, das verschiedene Beuteobjekte enthält. Von großen Gesundheitskits... Ach, der labert so viel. Das ist ja unfassbar hier. Und du scheidst etwas zu brauchen. Fordere dein Lifeline-Paket an und hilf ihm. Und nun? RT? Wo ist RT? Hey, Bruder. Wo ist RT? Das hier. Ist doch RT. Was willst du? Hat das jetzt geklappt? Nee. Hat nicht geklappt. Rechter... Hä? Vielleicht hier? Was soll ich hier machen? Ich weiß nicht, was die RT-Taste ist, Mann. Das müsste eigentlich die untere Taste sein, bei rechts. Aber es geht nicht. Da passiert nichts. Ja, das war falsch. Merkst du selber, dass du nichts kannst. RT, Care-Paket anfeuern. Nö. Ne, ne, ne. Ne. Das ist alles falsch. Nein, was machst du? Mach jetzt, steck die weg. Egal, hier. Tschüss. Wie stecke ich die denn weg? Ah, ich kann das Spiel nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Gesundheit ist bereits voll. Ja, ist ja schön. Steck die Granate doch mal weg. Ich kann das nicht. Ach, hier. Nee. So, hier. Gedrückt halten. Okay, jetzt habe ich es wieder. So, und jetzt die untere rechte Taste. Vielleicht geht das hier nicht. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Ich weiß doch gar nicht, was das soll, aber hey. Und nun? Ach so, jetzt kommt es zum Care-Paket. Ah, ich habe Chicken McNuggets bestellt und die kommen dann so. Okay, alles klar. Jeder von uns hat verschiedene Taktik und ultimative Fähigkeiten. Ja, ja, meine Taktik ist die Gegner abschlachten und wegrennen. Oh, das Tutorial geht mir echt zu lang. Also, so langsam habe ich es begriffen, wie man das spielt. Wie man gesehen hat. Oh, muss ich noch mehr machen? Trainingsende. Na, endlich. Kann ich den Gegnern auf die Mütze geben. Ah, ist das schlimm gewesen. So, ich würde sagen, wir spielen direkt eine Runde. Ja, das machen wir. Das hört sich nach einem sehr guten Plan an, Erdi. Boah, ist das eine Grafikbombe. Kein Wunder, dass Maustürf das nicht spielen kann. Endlich. Boah, hat das lange gedauert, das Tutorial. So, ich spiele jetzt ein Match. Und dann machen wir es. Ja, ich bin bereit. Königsschlucht. Ja, whatever. Ich weiß nicht, was ein Cosplay ist. Ich will aber einen anderen Charakter gerne. Den hätte ich gerne. Danke. Spielen. Danke. Jetzt bin ich ready. Wir spielen einfach jetzt hier irgendwas. Ja, ich gehe einfach rein und zack, zack, mache ich die Gegner platt. Ja, wie lange dauert das denn? Also, falls ich Freunde brauche, dann habe ich keine. Ja, also ich will das gerne mit irgendwelchen Random spielen. Das wäre korrekt, Bruder. Ja. Okay. Okay. Alter, wie lange dauert das denn? Ist keiner online oder was? Ist Samstagabend. Und wir haben Corona. Da ist niemand im Club. Aber Internet habe ich schon, ja. Okay, okay. Also, da stimmt doch was nicht. Das kann doch nicht so lange dauern. Jetzt bin ich drin. Ja, ich bin sehr ungeduldig, was das angeht. Beziehungsweise, ich bin gar nicht ungeduldig. Sondern ich habe einfach Angst, dass mein Internet schon wieder kaputt ist. Im Tutorial habe ich mich auch schon wieder blamiert. Na, ist völlig egal. Ich kenne halt solche Spiele nicht. Was soll ich denn machen? Ja, wenigstens kann ich mit Controller spielen, den ich immer noch nicht eingestellt habe. Ich muss meine Mausensens noch runterstellen. Wobei, wir sind hier nicht in T-Worlds. So, kann ich irgendeinen Charakter nehmen? Dann nehme ich gerne wieder Brave. Was? Die Brave. Die hätte ich gerne, danke. Squad stummschalten? Ne, ich will mit den Reden. Ich weiß doch gar nicht, wo die Push-to-Talk-Taste ist. Aber egal. Boah, ich hoffe, ich habe auch so richtige Noobs im Team. Dann sehe ich im Vergleich nicht ganz so inkompetent aus. Boah, shit. Der hat ja schon richtig was geschafft. 46 Kills, Bruder. Ich habe gar keinen. Ich habe ja nicht mal im Tutorial einkillen können. Champions-Squad. Der Squad, der mich im Team hat, der ist der Champions-Squad. Ping? Was heißt Ping? Ja, lass doch da hinten. Das sieht gut aus. Ich bin Jumpmaster. Hier, da hinten hin. Oder ne, lass mal hier hin. Scheiße, da wollte ich gar nicht hin. Ah, Mann. Der ist mir auch noch gefolgt, der Hans. Aber das sieht nach einem guten Spot aus. Ich glaube, ich muss erst mal Waffen zusammensuchen. Was heißt denn LT? Ah, okay. Dann mache ich so krasse Beinübungen. Äh, wie öffne ich denn den Fallschirm? Hallo? Teammate, du kannst doch mit mir reden. So ist es nicht. Boah, mein Controller vibriert so krass. Das ist ja Wahnsinn. Ah, Mann. Nicht geschafft. Hä? Ist das Ego-Perspektive? Oh, das ist ja voll bescheuert. Du kacke. Gib mir mal die Waffen. Du kannst ja eh nichts mit anfangen. Ich bin nicht nervös. Ich bin kompetent wie eh und je. Brauche noch ne Waffe. Ich hab schon zwei. Neuer Kill-Spitzenreiter. Ich bin der neue Kill-Spitzenreiter. Habt ihr das gehört, Leute? Ich bin so gut. Okay, dann verbarrigadieren wir uns hier mal, würde ich sagen. Kann ich hier auch Waffe... Nein, doch nicht die tauschen. Bist du bescheuert oder was? Ich will diese Waffe. Die sieht irgendwie cooler aus. So, bam. Ja, die sieht cool aus. Wie lade ich nochmal nach? Wie lade man... Ich weiß nicht mehr, wie man nachlädt. Na toll. Ja, ist schon nicht so wichtig. Der lädt bestimmt automatisch nach. Kein Problem. Ich würde halt gerne nachladen. So, dies, das. Ich hab noch keine Granaten. Nix. Ja, so wird das nix, ne? Kann ich auch in den Panzer einsteigen hier? Das wäre richtig Knorkel. Ne, wahrscheinlich geht das nicht. Boah, ich glaube, ich cutte die Folge in zwei Hälften. Ich hätte ja gedacht, dass ich hier nach zwei Sekunden verrecke. Aber RDLP, der Profi, kriegt hier noch richtig was auf die Kette. So, wir müssen mal was machen, Teammate. Ja, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen uns den Sieg holen. So. Ey, das Spiel bockt irgendwie. Keine Ahnung. Das ist richtig cool. Ich hätte das mal mehr spielen sollen. Oh, geil. Waffen. Waffen kann man immer gebrauchen. So, Flatline. Sturmgewehr. Ich hab schon ein Sturmgewehr. So, eine Granate ist auch immer gut. Oh, Bruder. Mach doch nicht diesen Move. Ich hab dich fast umgelegt. Kann man die Teammates umlegen? Na, ich probiere das jetzt nicht aus. So, Einstellung brauche ich noch einmal kurz. Controller. Weil ich brauch... Wie kann ich denn die Mousesens einstellen? Geht nicht, oder was? Ich brauch... Sensibilität. Na toll, geht nicht. Ja, ich kann das auch so spielen. Das passt schon. So, ich spiele tatsächlich mit Controller, Leute. Weil ich bin ein absolutes Controller-Kind. Oh, shit. Ah, ich dachte schon, ich verreck hier. Ja, 41 Squats sind noch am Start. Und einer davon ist RDLPs. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Okay, ich hatte auch noch keinen Feindkontakt. Das kann durchaus daran liegen, dass ich noch am Leben bin. Aufgrund dessen. So, wir nehmen einfach alles mit. Alles mit, was da ist. Was? Hat die einen Gegner gesehen, oder was? Ja, du musst mit mir kommunizieren, du Schachtel. Ich weiß ja nicht, wie Push-to-Talk geht. Ich würde ja mit der reden. Ich weiß bloß nicht, wie es geht. Wir sollten uns einfach hier verbarrikadieren. Das ist eigentlich immer eine gute Idee. Bei einem Battle Royale. Habe ich mir sagen lassen. Einfach zurückziehen und Käsekuchen essen. Was macht die denn da? Hä, wie springt die denn so krass? Ring schießt sich? Was für ein Ring? Sind wir hier bei Herr der Ringe, oder was? Ich weiß gar nicht, was ich zu tun habe hier. Was für ein Ring? Wovon redet die? Jetzt muss ich hier durch den Modder laufen. Das wird hier immer schöner. Oh, Jikes, ey. Du kannst ja gar nichts. Ich folge der trotzdem mal, weil ich nicht weiß, welcher Ring. Hä, wie sind die da jetzt hochgekommen? Boah, ich gehe einfach hier hoch. Ich scheiße auf meinen Squad. Das passt schon. Weißt du was? Ich gehe jetzt die Gegner killen. Carepaket? Ich brauche kein Carepaket. Ich bräuchte ein Scharfschützengewehr. Das wäre lit. Ja, wie, 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 wie? Kann ich nicht irgendwie noch so ein Fernrohr haben? Ich sehe ja gar nichts. So kann ich doch nicht zielen. Ich brauche nur Shotgun. Ey, was soll ich mit diesem Gerümpel hier? Jikes, jetzt komm mal her, wir müssen mal was tun Wir stehen die ganzen Tag nur doof In der Gegend rum Ne, es ist mir jetzt zu langweilig Also ich suche jetzt die Gegner und mach die platt Ja, auch ohne mein Teammate Den brauche ich eh nicht Ich bin Profi genug, ich habe ja gesagt, ich bin Einzelkämpfer Und genau so werde ich es jetzt auch machen Ein Helm ist natürlich sehr gut So, noch ein paar Waschpulverpakete, sehr schön Ist das eine Shotgun? Ne, was habe ich denn gerade? Ah, ne, das gefällt mir direkt besser So eine Waffe Okay, ich habe keinen Platz mehr Für Granaten Alter, Schwede, bin ich ein Profi Ich bin immer noch am Leben, Leute, das hätte mir doch keiner zugetraut Aber ich habe auch noch keinen Gegner gesehen Oh, ne, du Shoot, shoot, shoot Ja, was mache ich denn nun? Hier Na Ja, das ist auch die Splitfire, die brauche ich alle nicht Bin ich überhaupt im Game drin? Also jetzt mal ohne Spaß Ich habe das Gefühl, hier sind gar keine Gegner Oh yeah Ein Aufsatz Ich will auch einen Aufsatz schreiben Vielleicht ist der Helm ja besser als meiner Na egal Ich will die Spritze Tee, ist alles voll Irgendwie habe ich noch keine Gegner gefunden Aber es sind anscheinend Leute hier drin Weil es sind noch 13 Squats hier drin Alter, wir sind ja fast erster Ich weiß nicht, was ich gemacht habe Was ist das hier? Energie Munition Okay, Rucksack ist auch gut Dann kann ich nämlich, glaube ich, mehr transportieren Eine Flatline Sturmgewehr Scharfschützengewehr Ja, mit Scharfschützengewehr fange ich jetzt mal besser nicht an Ich bin ein guter Sniper in Battlefront Aber ob das jetzt hier ein Apex aus wird Ja Ah, das sieht auch sehr cool aus Schrottpatron Kann ich auch gebrauchen Okay Brauche ich nicht Jikes hat mich gefunden Sehr nice Jetzt machen wir die platt Es sind kaum noch Squats übrig Okay, ich habe eine Automatikwaffe Wie mache ich nochmal diesen Move? Genauso mache ich den Jikes, wir müssen loslegen Wir gewinnen hier noch Dadurch, dass wir uns versteckt haben Das war ein bisschen peinlich fürs erste Video Runde 1 ist gleich vorbei Oh, Junge, 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 Junge Ich weiß gar nicht, was ich hier tue Ich weiß halt gar nicht, was ich hier mache Ich habe mich bisher nur versteckt wie ein feiges Häschen Okay, da sind anscheinend irgendwelche Drachen Seht ihr die am Fliegen da hinten? Ah, scheiße Kann ich alles nicht gebrauchen Hört mal, hier sind Leute durchgekommen Ja, schön Sehe ich auch Ist ja alles leer hier Ich bleib mal bei Jikes Da bin ich nicht ganz so aufgeschmissen Und kann sie als Schutzschild benutzen Falls es darauf ankommt Jikes, wir müssen hier lang Hast du Google Maps nicht geguckt oder was? Was macht die denn? Verrat doch gleich unsere Position Ruf die Gegner doch an und sag denen, wo wir sind Hör auf zu schießen Ey, das gibt es ja nicht Wieso schießt ihr die Drachen ab? Das ist nicht besonders tierlieb Ja, ich weiß nicht was das bedeutet Hier ist dein Geburtstagsgeschenk Ich habe nicht Geburtstag Da musst du noch 15 Tage warten Oder was weiß ich Wenn ich Geburtstag habe Ich habe bald Geburtstag Leute Yeah, ich habe so Bock Ja, total Ich benutze einfach mal das hier Ich weiß gar nicht wofür das gut ist Ich mache es einfach mal Damit ich auch mal was gemacht habe Scheiße Oh Mann, wir haben verkackt Alles Jikes Schuld Ich wusste gar nicht, dass der Krieg da sind Oh shit, wo war der andere Hans eigentlich? Na gut Gut Leute, ich würde sagen Das wäre es fürs erste Mal Ich habe keinen gekillt Aber ich habe 9 Minuten überlebt Das ist doch was Und ja, bis zum nächsten Apex Video Würde ich sagen Match verlassen, ja? Macht auf jeden Fall Bock Habe ich Bock drauf Können wir gerne mal streamen Dies, das Bis dann NLP